Wir sind am Abend kurz vor 9 Uhr zum Waldbrand im Bereich Breitenberge in Hohlemschutannen alarmiert worden. Wir haben dort einen massiven Waldbrand festgestellt mit meterhohen Flammen. Wir haben dort sofort die Nachalarmierung veranlasst und es sind derzeit mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, inklusive der drei Großtanklöschfahrzeuge aus Vorarlberg im Einsatz. Die Löschmaßnahmen gestalten sich aufgrund von dem sehr steilen Gelände sehr schwierig und es können jetzt über die Nacht noch auf ein Minimum reduziert werden und am Anfang wird mit dem Hubschrauber die weitere Ablöschung von den Glutnester versucht.